Musik 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 Oh, sehr schön Folklin, jetzt ist wieder ein Versteck suchen Ja, ich hoffe sie kommt jetzt auch zu dir Oh ne, sie kommt zu mir Bitte hab ich nicht gesehen, bitte hab ich nicht gesehen, bitte hab ich nicht gesehen, ich war grad sehr offensichtlich Sie hat mich nicht gesehen, sie hat mich nicht gesehen, sie hat mich nicht gesehen, Wahnsinn Ich wollte grad vom Generator wegspringen und retten gehen Sie ist grad an meinen Generator gegangen Oh nein, sie kommt zu uns Sie kommt Sie kommt Aber nicht mit mir Wo bist du? Hiiii Au Au Nein, aber im Moment wird sie verseucht Ja Ich muss mich befreien Sie ist aber, sie sind irgendwie, sie guckt in einem Schrank noch und da drüben ist Hm, äh, Spoiler-Alar, bin ich nicht Ah, ist das schön Meint ihr das Stride-Paradies, oder was ist los? Nein, also ich finde eigentlich scheiße, dass sie grad so ein bisschen Camp macht, aber es ist halt irgendwie lustig Du könntest so ganz in Ruhe grad Generator machen Aua Neuigkeit, ich hab keinen Herzschlag mehr Neuigkeit, sie ist zu mir gekommen Hat du verkackt? Nee Sie müsste irgendwo über mir sein Ich hab die Luke, ich hab die Luke, ich hab die Luke, ich hab die Luke Tschüss Ich hab keinen Bock mehr Halt Geh auf, komm schon Nein, ich will doch mal schnell bei Animation Tschüss Tschüss Schnee Ich glaube Wolkli und Energy Drinks ist eine Supermischung Oh Weint hinter dir Oh Weint hinter dir Ach Gott Ich hab mich grad erschrocken, dass der Elditus hier dieses Ding genommen hat Ja, neun Nein, Jesus Jesus Nein Weint eigentlich Jesus, hier wird kein Selbstmord betrieben Vom Ding, was macht der andere Oh nein, der andere... Ach der andere rennt hier hin Scheiße Oh nee Und hier ist jetzt ein Perf drin, dass der andere dann aufschreitzt, wenn... Nein, scheiße, seid ihr mich auch erwischt. Kommt man zu dir? Ja, eine Klotter. Aber die Wahrscheinlichkeit war groß, weil ich nicht zu dir komme. Sie tanzt vor mir rum. Sie tanzt vor mir rum. Geht sie jetzt ernsthaft weiter? Was soll das? Vielleicht meinst du damit, weil du nicht zu ihr bist. Keine Ahnung, ne? Ich war ja kurz davor. Aber die Sache ist halt... Ich konnte ihn ja nicht, weil der andere plötzlich da hing. Danke. Kommt, kommt, kommt! Ah, ihr! Ich bin übrigens am potenziellen Pornokeller, der nicht Pornokeller ist. Ich bin immer nervöser. Jesus! Jesus! Ich bin immer nervöser. Jesus! 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 Geht's dir um die Wut? Koffein gepaart mit Koffein gepaart mit Jesus, das gute Ergebnis. Ähm... Sie sind im Tempel. Sie sind im Tempel. Ich... Und ich lauf gegen Scheißbäume. Stopp. Oh Gott! Iiii! Alter, der Arsch, wo hängt denn der Arsch? Ach du Scheiße, warum kotzt du mich voll? Was, wo bist du? Oh! Hm... Warte mal, warum ist White grad meine Besessenheit? Weil White das kann. Das ist ne gute Frage. Ich habe so viele Fragen. Also ich kann dir eins sagen, ich habe keine Schöne geschlagen. Warum?! Alter, ich bin doch dumm, Alter. Ohne Witz. Könnt ihr mal bitte Logan retten gehen? Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Fangen, fang mal mit dir an. Okay, nein. Nein, nein. Warum tust du ihn das an? Du bist in Wand! Was sagt du, man? Nein! Ich zeig mich auch, meine Liebe. Ach, da mein Mann. Ich hätte gerne einen Haken. Ich muss halt... Jetzt warte, steh vor mir. Wieder vor mich hin. Ah! Richtig und fair! Wow! Komm mal in den Scheiß-Zempel. Ja, bin ich. Okay. Wo bist du? Wirklich? Oh, ich ärgere White erstmal ein bisschen. Ein bisschen? Alter, ich wollte White eigentlich erwischen. Du bist ja hier oben. Ah, cool! Will ich dich wirklich töten? Ich weiß es nicht. Nein, das weiß ich nicht. Warst du in den Boden drin, oder was? White war so halb in den Boden, ne? Ja, na ja. Ja, na ja. Yo! Ich hab schöne Aufnahmen da drinne. Von. So, du kannst! Okay. Sorry, jetzt warten wir hier, oder? Ja! Find ich gut. Wir sind nicht in dried parties. Nein! Nein! Ich bin nicht hier drin. Ich bin nicht hier drin. Ich bin nicht hier drin. Ich bin hier drin. Nein, ich bin gar nicht da. Ja, da bist du ja. Jetzt stirbt ihr alle. Jeder einzelne.